Gut, machen wir weiter mit Gold-Thor. Ja, bitte. Wie wir auf Pokémon die ganze Zeit kommen, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß auch nicht, aber warte, ich muss es noch ganz kurz machen, weil einfach jetzt, komm. Great, now let's get back to the game. Danke. Ihr seid ja ein wahrer Glückspilz. Sogar das lieber Magel steht auf eurer Seite. Und eure Seite noch dazu. Es steht auf eurer Seite. Ja, das tut es. Wir haben es doch hier. In der Hand. Auf unserer Seite. Des Tisches. Dennoch gibt es eine große Schwachstelle in eurer absoluten Hypothese. Welche Schwachstelle? Welche? Ah, ich ahne. Welche Schwachstelle in Kiesdorf-Lamberg? Oh, das ist schnell erklärt. Erinnert euch daran, wie die Alchemistenstube zum Zeitpunkt des Vorfalls aussah. Oh, weißt du, weißt du, was man mit diesem Zauberspruch machen könnte? Ne. Man könnte tatsächlich eine Portal-Gun entwickeln. Ja, könnte man. Man nimmt einfach eine Farbkanone. Splatoon. Könnt ihr euch grüner Wände entsinnen? Ich kann es nicht. Dort gibt es nämlich keine grünen Wände. Ja, der hat doch erzählt, dass er gestrichen hat. Alle Wände sind weiß. Boom. Oh, dann war der die Hexe. Mit anderen... Mit... Weiß man's? Wir haben ja sowieso überlegt, ob das wirklich ein Junge ist. Mit anderen Worten... Die Anwendung von Goldtour in jenem Raum war und ist unmöglich. Nichts ist unnöblich! Hm, das war falsch. Was ist der totale Schwachsinn, Mann? Ja, wenigstens das klappt. Hm? Hm, auch das Gericht begab sich nach dem Vorfall in die Studierstube. Die Schattonier-Schattube. Ich kann mich gut daran erinnern, dass alle Wände Matt weiß waren. Eure kleine Theorie war erbauend, aber sie hat sich als genau das herausgestellt. Eine bloße Theorie, ein Gedankenspiel. Solange ihr sie nicht beweisen könnt... Ach! Solange ihr nicht beweisen könnt, dass Goldtourmann genutzt wurde, wollen wir nichts mehr davon hören. Hm. Hm, ich kann, ich kann, ich kann. Um ehrlich zu sein, mich erstaunt ist, dass ein solcher Spruch existiert. Ja, mich auch. Doch wenn es unmöglich ist, dass dieser Spruch in eurer Stube genutzt wurde, dann führt eure Folge rum nirgendwo. So, lasst das Gericht nun eins fragen. Haben wir irgendeine Frage... Ah, Moment, lasst das... Lasst das Gericht nun eines fragen. Moment, äh... Moment, äh... Moment, äh... Hm. Ich muss mal was gucken. So, lass das... Ach so, oh. So, mach nochmal den Satz. So, lasst das Gericht euch nun eines fragen. Habt ihr ein Problem mit nackten Hintern? Juhu! Ja! Ja, bitte, euer Ehren. Habt ihr... Habt ihr vielleicht einen Beweis, den ihr dem Gericht... ...den ihr dem Gericht präsentieren könnt? Habt ihr, hat ja schon mal gepasst. Aber da fehlt nur noch ein Problem mit nackten Hintern. Könnt ihr beweisen, dass es der Hexe möglich war, den Spruch Gollthor in ihrem Raum zu wirken? Das ist kein Zufall. Der Zauber wurde definitiv am Tatort benutzt. Habe ich einen Beweis, dass es MÖGLICH war, Gollthor zu benutzen? Ja, klar. Etwas beschäftigt mich schon eine Weile. Dieser unerklärliche Fleck. Er ist der Beweis, der alles auflöst. Die Verteidigung wird den alles erklärenden Beweis präsentieren. Unmöglich. Nichts ist unnöblich! Die funkelnde Entschlossenheit in euren Augen verrät, dass ihr es noch einmal versucht. Möge die Verteidigung nun dem Gericht den Beweis präsentieren. Präsentiert den Beweis, dass der Zauberer Gold, oder? Wirklich am Schauplatz des Verbrechens benutzt wurde. Nimm das! Nimm das! Die Wände der Stube sind allesamt weiß. Doch nur auf den ersten Blick, es gibt genau eine Stelle, die grün ist. Oh, wirklich? In der Tat. Die Stelle ist mir aufgefallen, als ich den Ort untersuchte, äh, den Tatort untersuchte. Vielleicht erinnert ihr euch an das, äh, ja, an das kleine Gemälde hinter dem Schreibtisch. Aus irgendeinem seltsamen Grund ist die Wand hinter dem Gemälde grün gestrichen. W-Wirklich? Wirklich. Hm. Das Gericht hat hier in das Gemälde ebenfalls erblickt. Es war wohl, hm. Es liegen ungefähr hier. Oh! Jetzt haben wir da auf der anderen Seite euer Übelst viel mehr. Hm? Phoenix, ich markiere es im Übersichtsplan. Grundriss im Gerichtshakt aktualisiert. Grundriss? Hm. Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, was mich daran gestört hat. Jetzt wird es mir klar. Am Tag des Verbrechens öffnete sich ein Portal hinter dem Gemälde. Dies war die Wand, die für den Goldtorzauber herhalten musste. Hm. Einspruch! Lach nicht. Eure Beharrlichkeit ist beeindruckend. Ihr wollt wohl um jeden Preis ein Portal dort haben, oder? Die Wand hinter dem Gemälde war grün. Und das ist eine erwiesene Tatsache. Zufällig erinnere ich mich noch gut an jenes Bild. Es war ein kleines Landschaftsgemälde. Ungefähr so groß wie das geöffnete, lieber Margot. Gerüchter, äh. Gerüchter dürfte. Das Gemälde dürfte. Ich will nicht groß sein. Ein kleines hinreißendes Bild. In der Tat. In der Tat. In der... In der... In der... In der... In der... Ja. Ob Laborschef Dr. Klank Laborschef Dr. Klank ist oder ein Schauspieler, frage ich mich gerade. Wieso? Nur so. Natürlich ist das... Vielleicht kannst du den ja engagieren. Ja, das wäre cool. Könnte ich dir noch ein paar Sachen einsprechen. Steht der mir... In der Tat. Steht der mir... Ja, natürlich. Weißt du was, den hole ich hier mit ins... ins Let's Play. Ins Bild. Ja, genau. Das ist daneben. Und immer, wenn jemand in der Tat sagt, so... In der Tat. War das ihr größter Auftritt jemals? In der Tat. Oh Mann. Nein, weiter. Selbst wenn sich an dieser kleinen grünen Stelle ein Portal geöffnet hätte. Wäre doch kein Mensch in der Lage, dorthin durchzupassen. Für mehr als ein Arm ist doch kein Platz dort. Reicht vielleicht. Könnt ihr dir dem Gericht vielleicht erklären, wie eine Hexe durch ein solch kleines Portal kommen soll? Er hat recht, Phoenix. Niemand hätte sich durch ein derart kleines Portal zwängen können. Habt ihr noch etwas zu sagen oder habt ihr endlich begriffen, dass ihr hinter den Ohren noch sehr grün seid? Das Portal... Nicht, dass da auch jemand rauskommt. Was? Hinter den Ohren nicht, dass da auch jemand rauskommt. Na, da noch sehr grün ist. Ja. Das Portal war zu klein für einen Menschen. Man muss nicht groß nachdenken, um das zu bemerken. Oh. Doch da wir dies alle wissen... Ach so. Ne, passt, passt, passt. Müssen wir nur noch eine offensichtliche Frage klären. Wenn es kein Mensch war... Was könnte durch die Wand entkommen sein? Ja. Ja, wahrscheinlich. Ihr seid geschickt im Verdrehen von Tatsachen. Genau genommen. Muss ja die Hexe nur den Stab durchhalten und den Zauberspruch Goldor sagen oder was auch immer. Hm. Die muss ja da nicht durchsteigen. Richtig. Find ich. Richtig. Aber, aber, aber... Hm? Aber Moment, da muss sie ja in dem anderen Zimmer gewesen sein. Und dann aber erst Goldor gesagt haben und dann... Muss man das Portal dann so wieder wegmachen, indem man Goldor sagt oder was? Ach so, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Hm. Gute Frage. Na okay, weiter erst mal. Warum beantwortet ihr eure eigenen Fragen? Ihr redet so, als wüssten wir schon alle Antworten. Hm. Ein kleines Portal wurde an der Wand am Tatort geöffnet. Ich habe alle Hinweise, um dieses Rätsel zu lösen. Durch das Portal gelangte... Hm. Ich wäre für irgendwas anderes. Warum sollte es ein kleines Tier sein? Haben wir sonst noch irgendein Tier? Hm. Nicht, dass es wusste. Was war mit der Katze? So fiesen Mäuschen, aber komm... Die... Nora? Ja. Die hat ja mit dem Fall gar nichts zu tun. Bis jetzt. Sollten wir trotzdem vielleicht auf ein Tier spekulieren? Da hätte es einen Hinweis gegeben, glaube ich. Und Cookie war es, denke ich, nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es Cookie war, aber... Hm. Es wäre natürlich interessant... Es könnte sein, aber ich denke, da hätten sie uns Hinweise geben sollen vorher. Weißt du was? Irgendwelche, dass da ein Tier rumlief oder so. Ich wäre für... Okay, aber ich wäre für irgendwas anderes. Oh. Oh. Das ist gemein. Also ich meine, das eine hätten wir auch selber ausschließen können. Ja. Äh. Mach nur für du bist. Ich bin für... Okay. Kein Mensch kann sich durch dieses kleine Portal gezwängt haben. Sogar eine Hexe schafft das nicht. Ha. Nehmt ihr also endlich Abschied von euren wahnwätzigen Behauptungen. Ich bin noch nicht fertig, werter Inquisitor. Irgendetwas anderes könnte durch... Äh. Irgendetwas anderes könnte durch das Portal gelangt sein. Und welches rätselhafte Wesen soll das gewesen sein, verwirrte Herr Blaurock? Das Portal wurde geöffnet, nachdem Leighton in Gold verwandelt wurde. Die Hexe muss wohl einen Grund gehabt haben. Sie hat also... Etwas durch das Portal geschoben. Hm. Das ist eine gute Idee. Es muss nicht der Stab unbedingt da durch, sondern irgendwie... Ja, obwohl... Der Stab liegt ja auch so, dass das Sinn machen würde. Deswegen liegt er auch da hinten. Deswegen... Hinter der Hand. Ja. Aber wieso... Wieso konnte sie dann von... Da, wo... Wo war die denn? Die ist doch aufgetaucht, aber... Hä? Wer? Nee. Dieses Schatten-Ding ist aufgetaucht. Nee, was aufgetaucht ist, war ja das Schatten-Ding vom anderen Zauber. Ja, das kann... Das war ja nicht die Hexe. Okay, weiter. Ihr habt die Neugier des Gerichts geweckt. Was genau hat nun das Portal passiert? Hätten die nicht einfach Fingerabdrücke nehmen? Nein, was hat das Portal... Hufle hat die Hexe... Hufle hat die Hexe das magische Portal benutzt. Ja, ich wäre für den... Für die Talea Magica, natürlich. Take that! Angesichts des Tatorts gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar kann es nur die Talea Magica sein. Was geht nun vor sich? Die Talea Magica wurde am Schauplatz des Verbrechens gefunden. Das Portal hat damit nichts zu tun. Inquisitor Flamberg, ihr seid Opfer einer falschen Annahme. Einer falschen Annahme? Ja. Einer Abgabe. Die Hexe hat nicht versucht, einen Beweis vom Tatort zu entfernen. Im Gegenteil, sie wollte einen Beweis platzieren. Sie warf den Hexenstab durch das Portal in den Raum. Boom! Ihr und eure wilden Theorien. Ist euch eigentlich bewusst, welches Geräte aus eurem Mund entfleucht? Wenn sie den Stab in den Raum geworfen hat, dann heißt das... Ganz genau. Sie hat es getan, um uns zu täuschen und um uns auf die falsche Fährte zu locken. Die Hexe war während des Verbrechens nicht im gleichen Raum. Sie wirkte den Zauber von außerhalb. Was? Flawless victory. Flawless victory. Es gibt einen weiteren Beweis, dass der Stab von außen in den Raum geworfen wurde. Bitte, welcher Beweis soll das sein? Das erfahren wir bei der nächsten Aufnahme. Ja, also, ja, okay. Ist wirklich jetzt lang geworden. Ja. Okay, dann... Aber ich finde, das war wirklich ein... Flawless victory. Also bisher auf jeden Fall. Das kriegen wir doch noch weiter hin. Ich denke auch. Außerdem, wir haben ja immer noch vier Versuche, weil wir einen verhauen haben. Stimmt. Ja, aber ansonsten... Das ist ganz klar bei was. Aber ansonsten, wir werden dann bald wieder da sein. Und zwar das nächste Mal auch mit Laborschiff Dr. Clank. In der Tat. Okay, aber bis dahin erst mal zugeklappt, eingepackt und... Joa. Ja. Man sieht sich. Tschüss. Tschüss.